Hallo Follower, ich bin heute im Schlosshotel Steinburg und darf mir Ausbildungsberufe hier anschauen. Hier sind auch schon die zwei Azubis, die ich gleich vorstellen werde. So, wir sind jetzt hier in unserer Showküche, wo wir auch Kochkurse für Gäste veranstalten. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier unseren Spargelsalat mit gebeiztem Saibling anrichten. So, der Saibling hier ist gebeizt, das heißt wir haben den über Nacht in Salz und in Zucker eingelegt. Das Ganze entzieht ihm dann die Feuchtigkeit und dann kann man das auch ohne ihn weiter zu garen noch essen. So, fertig angerichtet ist jetzt unser saisonaler Spargelsalat mit gebeiztem Saibling und der kann jetzt auch raus zum Gast. An dieser Stelle kommt jetzt Donato zum Einsatz. So, bitte sehr. Danke. Und einmal hier. Wir hätten bei der Dame einmal ein Bärlochkrepp und bei innen hätten wir einen Spargelsalat. Meine Aufgaben sind natürlich dichter im Restaurant. Auch hier im Hotel gibt es viel zu tun. Hier hätten wir ein Traumschlosszimmer von uns. Richtig, richtig schöner Arbeitsplatz, muss ich wirklich sagen. Hier im Refugium sind unsere modernen Zimmer und außerdem gibt es im Refugium unsere Veranstaltungs- und Tagungsräume. Okay. So, hier befinden wir uns in unserer Schatzkammer. Hier lagern wir unsere Weine. Außerdem finden hier mehrere Veranstaltungen statt, zum Beispiel Weinproben, wo die Gäste unterschiedliche Weine aus der Region probieren können. Ich habe mich für die Ausbildung zum Koch entschieden, weil ich nach meinem Studium zum Hotelmanagement-Master eben noch Praxiserfahrung sammeln wollte und das ist einfach der perfekte Weg dafür. Ich habe die Steinburg als Ausbildungsbetrieb herausgesucht, weil wir hier den perfekten Mix haben aus gehobenen à la carte Geschäft, Veranstaltungen und Hochzeiten und weil ich hier das Kochen eben am besten lernen kann. Ich habe mich für den Beruf Hotelfachmann entschieden, weil es eine sehr vielseitige Ausbildung ist und man einfach viele Wege hat, um es aus da zu gehen. Ich habe mich hier für die Ausbildung auf der Steinburg entschieden, weil man einfach vom gehobenen Service bis zum à la carte Service alles mit dabei hat und ein cooles Team einfach. Und wir können jedem empfehlen, die Ausbildung auf der Steinburg zu machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns einfach mal eine Mail. Also mir hat es heute auch super viel Spaß gemacht. Ich habe einen Einblick bekommen in die verschiedenen Ausbildungsberufe und viel Spaß euch noch bei der Arbeit. Danke.